hallo und herzlich willkommen ladies and gentlemen zu einer weiteren saftigen runde let's play rainbow 60 schränkt mit meiner lieblingsmein vielschweig olev ganz neu dabei und natürlich unser no aim bros was geht ihr lieben hallo 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 ich habe so eine kleine operator auswahl jetzt aber ich heiße nicht mehr no aim ich heiße nicht gott aim gott aim jetzt hinter sich gott aim the man nennt sich um in das spiel 999 der gegner heißt u rage ja ja olev neu in unserer konzentration mit dabei auch neu die schweig mit dem smurf account weil auf ihrem hauptaccount die rasiert ja alles das ist ja böse jetzt ein bisschen zu hoch glaube ich ja wow mal gucken wie sich das letztendlich im gameplay aus auswirkt jetzt bist du wieder so arschleise bei mir doch aber ich habe bei mir auch das gefühl dass irgendwie das also der maßen laut ist gerade bei mir ja ich habe es auch gerade schon leiser gestellt okay die rappeln kann nichts machen ich habe so gar nichts auf diesem account wirklich einer könnte hier oben an der hedge sein ja ja bei mir in der hedge hänen ne ein name einer outside café outside balcony cash stash oh mein gott zwei outside café einfach eine nade die werden dann zu zweit drin stehen aber da war noch einer und wir haben echt auf den yellow stairs auf diesem kleinen scheiß bekommen auf dem balkon die ganze ich wusste gar nicht dass da oben durch hier ist runter gedroppt ok gegner live ping 2 schöne käme übrigens control room nach wie vor kommt jetzt rein zum bspot ja habte dafür so viel half life leider keine kamera hinter dem er plantet doch oder doch ich hab's nicht gehört warum höre ich das nicht auch nicht wo haben die den geplantet der muss ja auf a geplantet haben ok sehr schön gehen wir in die cam bin ich gerade ich sehe keinen ja du musst halt noch dafür gehen das ist kein Problem nooo ich werde auch eingesprungen ja ich safe ich auch keinem plan wo die war ich hätte sie auch haben können ich hab's aber auch so ein bisschen verkackt ich habe so viel leben gewastet ich wollte die beiden schakos im kaffee pushen das hat auch bedingt funktioniert auf die art und weise habe ich nur mehr zu bekommen hab wollte das händler aufmachen hab aber statt fg gedrückt und erst mal mir selber eine impact in die fresse geworfen geiler scheiße ja sonst hätte ich ich hab mal ein bisschen aus meiner 6 lautstärke ein bisschen angepasst weil wir sind die ohren weggeflogen so crass sind die ohne ich hab nichts getroffen mit dem ja jetzt kann ich es wenigstens nicht mehr verkacken jetzt kann ich es wenigstens nicht mehr verkacken wir sind irgendwie nicht von hier hinten ran wir sind irgendwie nicht von hier hinten ran oder von der haupt ja wir sind ja im toilet dann sind wir drunter aber keiner ist von dort gekommen ja ja da sinds vom äh café gekommen ja ist der arcade toilet unten im erdgeschosses ding ja 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 achso brauch mir noch eine wand sonst würd ich die maybe nehmen mach ruhig ich doppelt hier offen mehr platz ich hab selber nicht verwunden achte mir vielleicht könnt ihr das helfen war scheiße für mich nicht ne ich schieb mir nur ein bisschen Panik grad aber wir sind immer kaum äh ob das jetzt Placebos das gibt ja die kommen hier auch oder was heißt hier ah wieder Steps äh vor Kaffee ne ja ich glaub die haben oh mein Gott ja die ist schon im Café drin mehrere Kaffee zwei Stück mindestens auf dem Dach dann habe ich wieder zwei Iana ne Iana hat mich hab geknallt sorry Iana lebt noch Kaffee ich weiß nicht ob die da immer noch ist die Iana ja ja was ist hier hinten hier wird gebraucht ping zwei ja die ist immer noch die ist low die hat mich gebaitet die kann auch oh oh olaf kommt ging zwei nein ist bei mir was bei kann ich habe auch was gesehen ich treffe ihn einfach nicht warum bin ich so schlecht ich glaube ich muss das ein bisschen schneller einstehen ich bin total langsam mit der Waffe ne mach das mal hm das ist der erste Mensch jetzt mit deinem Smurf ne hm ja ich glaube das letzte mal habe ich den boah 2017 gespielt oder ne das mal wäre es cleverer ein Foto von deinen Screen äh von deinen Einstellungen zu machen ja 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 das habe ich mir gedacht als ich umgelockt bin hm waren wir schon wieder hoch wirklich ne ich lass uns mal Armory runter wirklich ja mir ist das sowas von Rille weil wir haben jetzt zweimal oben auf die Fresse bekommen ja wenn wir hier alles ein bisschen hoch zack zack ich glaube ich habe mit dem Account in der letzten Season gespielt ähm da kam Outback glaube ich raus Outback hatte ja diesen Season Anhänger mit dem Känguru ne oh KANGURUS ja I like immer nütz ein bisschen am Start jo rot mit Spitze hm 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 ja da wird auch wieder hellhörig ne ja runterwäschte ist ja nice hat schon was ja hat schon was das ist hm boah alter wie kraft mit dieser ja ok vielleicht sollte ich mir mal die Einstellung abfotografieren nach dem Match machen ist doch kein Problem da müsste ich halt ähm ja ich habe ein bisschen Zeit im Gepäck alles gut weil ich check hier oben nochmal gerade oh mein Gott ich habe ja mein ich habe ja mein Knife auch ganz anders liegen das ist ja ja das ist ja ja ich kann mich nicht von bei mir ist was versuchen wir zu rotieren hier ist bei mir hörst du den immer noch über dir pingst du noch mal ungefähr ja hab ihn gesehen ja hat mich ist aber half live oben in office drin also vor badezimmer eine mutter kurz in die camps ja das ist top dragon ist hier in top dragon balcony drunter nee ist jetzt hier in dem ist jetzt top dragon stairs eben drunter top dragon balcony ist jetzt gerade hier liegend in der cam steht wieder auf bringt dragon runter in das und den dragon hier in dem raum rein ja jana ist übrigens half live die sind bei mir er ist vor der door bei dragon es ist gerade auf der es wird die ganze zeit die seiten kommt ein zweiter dazu zwei stück drei stück hier hinten einer geht hier hinten hin der letzte ist hier hinten bei ping fünf klemmo 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 direkt ping fünf ja die schickt da oben drüber die brauchen so lange für den aufbau ehrlich wie kannst du mir das erklären ja sledge hat gefühlt die ganzen oberen bombens wird abgemacht in der ruhe liegt die kraft ich bin auch noch nicht ganz im game drin ich mache teilweise solche fehler das wahnsinn also am schlafmangel kann es nicht liegen die haben kafkan und die sind oben auf unserem ersten spot ja und die haben puls also wieder bestimmt unten spielen oh geil kurz sagst du mhm der war bei dragon stairs naja der wird da unten schimmeln ja ich habe mich gerade gefragt wo die verfickte kamera ist ja ich habe mich richtig gefickt wurde äh und ein teller die hat das oben auf dem dach sind auf auf w sind drei leute die haben auch alle bei die haben auch alle bei die bei die die gewרה 깊ig doch ist du nach ich bin Ja. Oh, das ist ja offen. Ja. Ich denke, ich habe keinen Traps. Sauber No-Aim. Einer ist Office noch drin. Einer ist hier hinten bei Ping 5. Echt schön. Und Polz ist aufgelöst. Ich guck sogar nach rechts und links noch und ich seh die einfach nicht. Ich bin so blind. Office? Ja. Der wird durch-aimt. Der steht ganz hinten durch. Keine Cut-Con-Trap an der Tür. Das ist Puls. Ich habe Puls gehört. Das ist rechts. Nein, er ist rechts. Oh mein Gott. Bitte geh dich vergraben, du dummer ***. Hast du den? Wow. Alter, scheiße. Ist mal rauspiepen, ey. Ist mal rauspiepen, ey. Ist mal rauspiepen. Das ist auf jeden Fall, ey. Ja, schade. Hat jetzt nicht so richtig sein sollen, ne? Leider richtig hart auf den Rüssel bekommen. Aber ich denke, im nächsten Match wird es besser. Ich meine, schlechter geht es eh nicht. Also, ne? Kann es nur besser werden. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns trotzdem immer eine positive Bewertung fragen. Ganz wichtig. Video-Beschreibung abschicken. Partners sind mir eine Menge Triebwerk und der Merch-Limp verlinkt. Ganz, ganz wichtig. Und das ist wichtiger als jeder andere Link. Die Kanäle von der lieben Pilschwald sind nämlich auch verlinkt. YouTube und Twitch. Abschicken, ne? Kann ich nur zurückgeben. Kann ich nur zurückgeben. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage schön bitte. Und noch einen wunderschönen Tag. Auf drei Mal zu uns. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Gut, tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020